Ab heute wird es für eine Woche richtig chillig auf der Farm, denn vom 6. August, heute 14 Uhr bis zum 13. August, ebenfalls 14 Uhr, da tun sich die Farmtiere zusammen, chillen hier am Lagerfeuer, singen das Lagerfeuer-Lied-Lied, grillen Marshmallows mit der Grillkohle, herrlich, ja, was es alles damit zu tun hat, das Camping-Event ist heute gestattet, alles was wir dazu tun müssen bei diesem Event, was es gibt, das Belohnen und so weiter und so fort in diesem Video. Ja, diesmal gibt es wieder ein Eventplätzchen, das ist dieses Jahr wie gewohnt vor der Farmhalle mit den neuen Tipps, die es auch gibt und da gibt es, wie wir hier eben sehen, insgesamt 5 Aufgaben, allerdings die 5. Aufgabe, die letzte, die kann man erst betreten, wenn man hier alle anderen 4 komplett abgeschlossen hat und das müssen wir dazu tun und zwar müssen wir etwas anpflanzen, nämlich, wie gesagt, die Marshmallow, die Marshmallow-Staudium genau zu sein, die kann man anpflanzen überall, auf allen Farmflächen und wenn ich nicht irre, schauen wir lieber mal nach, zum Schluss irre ich mich wieder, auch auf Bahamarama, auf der Waldlichtung auch anpflanzbar, weil das war beim letzten Mal eine Wem-Pflanze teilweise nicht auf Waldlichtung anpflanzbar, dieses Mal schon wieder hier auch auf Bahamarama, die Marshmallow-Staudium, und diese hat eine Anpflanzzeit von 8 Stunden insgesamt hier, also ziemlich heftig kann man sagen, oder auch nicht, vielleicht finde man es nicht heftig, jedenfalls hat jeder Spieler von Beginn an wieder 10 Stück davon und da muss man eben hier gucken, dass man die schnellste möglich dann eben hier vermehrt, indem man immer mehr anpflanzt und dann wieder erdelt und so weiter und so fort. Anfang mache ich es ja auch so, am Anfang nur große Felder, ich mache es immer so, auch am Beginn der Events haue ich gleich mal Wasser drauf und so hat, dass die ersten 10 gleich mal schnell fertig sind und da haue ich auch am Beginn immer sonst nicht, aber am Beginn auch noch Susi Superdünger drauf, das bringt dann noch mehr Ertrag und dann, wenn ich so viele habe, also in dem Fall würde ich jetzt so ein, 5er, 4er Feld, 9 Marshmallow bringen, weil ich wirklich so superdünger drauf habe, und nur noch 2 Stunden, 8 Uhr habe ich wirklich alles drauf geschmissen, aber man könnte natürlich noch mit Stollen, superdünger, die Effektivität noch verringen und so weiter und so fort, ja, weil ich sage mal jetzt hier so, und jedenfalls dann, wenn ich, wenn ich soweit ist, wenn ich genügend habe, insgesamt 4 von 600 brauche ich davon Stück, dann steige ich dann auch auf, bzw. 200 würde reichen, aber hier nur eines Feld, nämlich auf kleine Feld, nur auf kleine Felder, ausschließlich auf diese einer Felder, aber das ist eben, lohnt sich dann eben hier auch nur, wenn man dazu dann auch Karottenapfelschatten hier, oder auch gewesen, normalerweise, Karottenapfelschatten, ne, wer besser dazu nützt, dann bringt das rechnerisch mehr als hier in 4er Feld, das ist ja kein Geheimnis mehr, aber nebenbei noch gesagt, dass zum einen hier die Marshmallow-Stau, der Ampflanz des Weiteren droppt auch wieder was, und das ist beim Camping-Events, wie könnte es anders sein, nicht die Grillweste, sondern die Grillkohle, wo ist es, wie viel habe ich, zu Beginn, wie ist es bei mir getroppt, ne, 143 Stück, ok, also das ist es, tropft wieder gewohnt, aus der Ernte von den Pflanzen, von den Schrillen, oder auch von den Bäumen des Items, ich, wie gewohnt, da tropft ja nicht raus, aber was sonst, überall grundsätzlich, ja, und das ist es schon, im wesentlichen, man braucht auch noch viel anderes, kleinzeug, dass man eben, wie gesagt, hier, den in der Stadt, oder kann auch über den Wendtheimer zugreifen, wie immer hier, dann abgeben kann, demnach nicht, da braucht man 3600, habe ich nicht, aber beispielsweise braucht man etwas anderes, wie hier, Flomen, wo man brauchen, oder ein paar Heesen hier, insgesamt, wenn wir schon dabei sind, was man denn alles braucht, um das Event komplett abschließen zu können, schaffen, braucht man vollgendes, und zwar 19.000, genau zu sein, von den Marshmallow, so, Staunen hier, 970 Grillkohle, 60 Hühner, 70, 825 Schafe, 45 Schweine, 12 Ziegen, dann noch von den Pflanzen, 800 Sonnenblumen und 500 Brombeeren, Baumfrüchte, ihr braucht noch 33 Walnüsse, 35 Flaum, 40 Maulbeeren und 35 Kirschen, klingt vielleicht heavy, so heavy ist es nicht, aber die 19.000 Marshmallow, Staunen und 970 Grillkohlen, das wäre vielleicht nicht so einfach, aber das, wie gesagt, um das Event jetzt hier komplett zu schaffen hier, ja, wenn ihr euch fragt, 99.000 Grillkohle, in der Woche, what the fuck, das ist ziemlich viel, braucht ihr ein paar Tipps, dazu habe ich einmal ein Video gesagt, wenn man die Drop hatte, noch ein bisschen erhöhen kann, ein paar Tipps dazu, dazu der Link zu dem Video auch nochmal in der Videobeschreibung, gut, das ist ja zum einen, nach dem Event wird dann die Marshmallow-Staude, bleibt nicht dauerhaft im Spiel, wie schon lange keine Wimpern, sonst merklich, aber war gut, was soll's, dann wird wieder rausgenommen und zwar für 4 IP und 4 Moosebundet übrig geblieben und die Grillkohle wird dann auch ungetauscht in, wie viel, 5 IP und 4 Moosebundet übrig geblieben, man kann die Grillkohle übrigens natürlich auch wie gewohnt, wenn man denn will, hier beim Farmhaus statt mit der Saisonartikel, auch davon wieder ein paar hier kaufen für die gewohnten Werte, oder sind es gemohnt werden, also billiger, oh krass, das kosten sogar wenige hier, die Größen es noch, ich glaubt, sonst ist immer 150 Stück, 200 DG, hier 100 Stück, 150 DG und 50, weiß ich nicht mehr, aber da wurde gleich was getan anscheinend hier, nicht schlecht, wurde verbilligt, wenn auch nur ein paar TG, aber das ist ja auch schon mal was, man kann doch wie gewohnt wieder 2 Körbe herkaufen, zum einen den Campingkorb klein, der beinhaltet insgesamt 20 Grillkohle, 50 Superdium und 100 von den Marshmallow-Staude, Kurset 1,90 oder den großen Korb für 9,99, beinhaltet dafür schon mehr, 150 Superdium, ein Gerotten-Dapfel-Schatten und was das Wichtigste ist, 100 Grillkohle und 400 Marshmallow-Staude, kann man nur einmal Borka und kaufen, die Event-Körbchen, wenn man das denn unbedingt tun möchte oder auch nicht. Ja, sonst auch Zauberbauung bringt natürlich auch wie gewohnt hier das Drop-Item, also in dem Fall Grillkohle hier. Aber, ja, dann, was gibt es denn hier zu Belohnungen bei diesen Aufgaben? Wie gesagt, 5 Aufgaben gibt es, man muss aber die 5. Krippe nennen, wenn man alle 4 anderen erfüllt hat. Und es gibt unter anderem, gibt es auch ganz interessant, 6 Geheimnisvolle Setzungen in der letzten Stufe. Es gibt ein bisschen Superfooder, Party-Tree gibt es wieder dabei, Ernte für Kapo, auch wieder viele kleinere Sachen, sehr, sehr nice. Es gibt sogar noch 2 Geheimnisvolle Setzungen, also 8 Setzungen, auch nicht schlecht. Okay, aber es gibt natürlich auch was bei Events, wenn es so üblich ist, Items und Sticker und zwar das hier ist der Event-Sticker hier der Zilt und da ist anscheinend die Ziege Forever Alone, anscheinend. Ne, so sieht der Event-Sticker aus. Und es gibt 2 Items und zwar da haben wir zu meinem Brand, gefährlich. Das Item bringt alle 14 Stunden, 76, EP auf den Zweifel, das ist nicht schlecht, also muss man sagen, die letzte Zeit, in letzter Zeit die Events, die Items von EP her, die sind wirklich gut. Dann gibt es auch noch einen zweiten Event-Sticker, der ist Drillkohle, kann man sagen. So sieht es aus und auch noch ein zweites Item, Zeltbaumeister. Das haben wir hier, lustige Aklimation, bringt alle 14 Stunden auf dem Viererfeld, 1555 EP, was für eine Schule jetzt an. Also 388 sind, glaube ich, EP jetzt hier auf einem Feld gerechnet. Das ist wirklich sehr, sehr gut, noch das andere Item, wir sind das 337, wir haben EP auf dem einen Feld gerechnet. Also auch für all EP-Items-Free, die gerne Items an die 4 EP bringen, lohnt sich definitiv teilzunehmen, die Items sind not bad, kann man sagen. Aber dazu soll ja noch nicht ganz gewesen sein, denn es wurde ja auch angekündigt, dass es bei diesem Event dann nochmal, beziehungsweise jetzt dauerhaft im Spiel bleibend, die Textilmühle zu spielen gibt. Textilmühle, war ja irgendwas, genau, das war eben das Ding, dass es ursprünglicherweise nur und ausschließlich beim Meteoritenschauer geben sollte. Event dann wieder raus, dann wurde gesagt, hat man es noch stehen auf der Farm, und reißt es nicht ab, dann ist es noch da, reißt man es ab, ist jetzt futsch. Und jetzt dauerhaft im Spiel, sehr, sehr nice, hat mich sehr, sehr gefreut damals, wie die Meldung rauskam. Ja, ist eben hier die Werkstube vom Eichhörnchen und die bringt dann eine Picknick-Decke, das ist das Erzeugnis, wird dann, ich glaube, es ist noch nicht handelbar auf dem Markt, aber da wird dann sich noch kommen, hier unter Erzeugnis kann man ja eine Textilmühle hier spielen, ist ja schon da, nein, 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 wenn er was hier noch bekommen. Also auch sehr, sehr nice. Okay, gut, so viel dazu, so sieht es also aus zum Camping-Event. Einfach ist es nicht, wenn man so, dass ich eine Woche Zeit für fast 1000 Drop-Items, 19.000 Marshmallow-Stauten, dafür gibt es wirklich hammergute Items, muss man sagen. Von da, schauen wir mal, was drin sind. Zum Ende kommt dann natürlich auch noch ein Event im Check-Video, wie seht ihr, war denn euer erster Eindruck beim Eventchen. Macht ihr mit, oder nicht, man findet das Event, schreibt es gerne in die Comments und da sagt ihr dazu, dass die Textilmühle jetzt da auf dem Spiel ist. Gut, das soll es gewesen sein für dieses Video, für euch, viel Spaß beim Event, wenn ihr damit macht, wenn nicht, dann viel Spaß beim normalen Farben im Alltag.